Ich versteh's nicht. Ich bin verwirrt. Ja, ich bin auch verwirrt. Wir haben immer noch das Zepter von dem Pharao. Und irgendeine Konstellation haben wir. Huch, achso. Äh, Moment, was war hier jetzt? Der Resting Place war mit Papakram auf Egypt. Verschießen wir da eine ganz andere Position. Äh, Pyramide von Anubis. Hier waren wir eigentlich auch schon lange genug, oder? Ja, aber irgendwas... Was ist denn mit diesem blöden Zepter von dem Pharao? Und mein Kopf juckt. Ich hab ja auch gerade... Hast du das gesehen? Ja, dagegen laufen. Nee. Nothing seems to happen. Müssen wir gleichzeitig dagegen laufen? Mach mal. Nothing seems to happen. So, warum ist das denn da? Müssen wir alle drei drücken, oder was? Nee, das kann ja nicht sein. Doch, die halten eigentlich lange müssen wir. Weiß ich auch nicht. Ja, das wäre ja nicht hier, wenn es nichts bringen würde, oder? Ja. Eins, zwei und... Warte. Ja. Sequence complete. Aua. Ja, man findet doch immer noch wieder was. Die wollten uns voll auf die falsche Fährte bringen. Vorsicht! Ich hab keine Muni mehr. Ja, die hast du gerade alle verschossen. Da, nimm das mal an. Ja, und? Okay. Eine Vase. Tome of Power. Tchung, tchung. Ah! Das war irgendwie klar. Bist du tot? Nein. Aber hier sind ein paar Spinnen. Ist hier oben noch irgendwas? Da ist noch Energie. Nein! Da ist ein paar Spinnen. Da oben hat mich irgendwas runter... Aua! Irgendwas hat mich da oben eben runtergekickt. Okay, es gibt vier Wege. Oder führt das alles zum selben? Hier ist ne Druckplatte. Geh du mal auf die Druckplatte gegenüber von mir. Hier ist ne Treppe auf die... Geh du mal auf die von gegenüber. Irgendwas aufgegangen. Die Tür war es nicht. Was war das? Ah, hier. Hier die Tür, oder? Ne. Das war... Da ist so ein Ding aufgegangen, glaub ich. Was hast du da bekommen? Äh, weiß ich nicht. Hier ist zu. Hey, wart... Warte, wann? Ach, hier ist das Ding, was hier noch zu ist. Okay. Achso, hier sind wir wieder in diesem... Hier. Hä? Achso. Ja, geh wieder zurück. Äh, aber wir sind gerade von... Von hier unten gekommen. Wo geht's denn hier? Da war aber... Irgendwas ist doch hier noch aufgegangen. Waren wir hier oben? Ach, jetzt sind wir wieder... Ah, das ist alles so verwirrend. Jetzt sind wir auf einmal wieder hier oben. Willst du nochmal mit mir auf den Schalter treten? Ah. Äh, warte. Aber ich mein, da ist nur dieses Ding hier aufgegangen. Kann man das kaputt machen? Nein. Ich höre irgendwas. Ach, die Tür geht auf dann. Äh, müssen wir wohl schnell sein, ne? Ne, warte, du musst hier. Achso. Stell dein Fass drauf. Ist hier noch irgendwo eins? Ich schätze, ich krieg da... Hier ist noch eins. Ah, jetzt hab ich's. Okay, warte. Ich muss die... Warte, die Musik ist schon wieder... Äh, ne, halt Musik. Ich komm mit dem Fass nicht. Äh, meins steht... Ne. Steht noch nicht drauf. Jetzt steht es drauf. Jetzt steht es drauf. Drück... Ja, genau, jetzt. Hallo. Daneben geschossen. Aua. Ist das auch ein Fass durch mein Laser gestorben? Toll, ich wollte da gerade rüber springen. Irgendwas stand da wieder... Nein, wo... Wie... Wie kommt da jetzt wieder hin? Shit. Shit. Ja, das sagst du was. Doch, hier, hier herunter. Wo? Weiß nicht. Hier, hier, hier. Ach da. Jetzt nehmen wir aber, glaube ich, wieder den langen Weg, oder? Ja, ja. Äh... Hier? Hier. Was denn? Bam! Wie einfach zerfetzen. Mana! Ah, Laser. Sesam öffne dich. Danke. Danke. Ah, ah, das verfolgt mich ja die Treppe runter. Ach so. Hätten stehen aber eine. Ach ne, da ist nur ein Bild an der Wand. Doch, das ist doch wirklich einer. Doch, klasse ist einer. Was? Ah, das Zepter ist placed. Okay. Okay. Und jetzt? Ja. Ich kann die Statue wieder Mana schieben. Warte, was ist hier? Der Dark Pharaos Journey Beyond ist, äh... Been stayed with Autos Royal Scepter. Da geht's auch hinter dir. Okay, also, Moment. Lass uns zusammenfassen. Das Scepter haben wir jetzt... Jetzt sind wir hier, hier. Ah, hier. Hier. Guck mal, ich hab Danu Dingens Jar bekommen. Jetzt müssen wir wieder zu dem Pharao in die Grabkammer. Und jetzt kommen wir auch hierher. Krass, was? Alter, jetzt... Wir brauchen denn aber noch mehr von diesen Dingern. Hier geht's nicht hin. Stimmt, wir brauchen eine andere. Eine Jar haben wir und wir brauchen, glaube ich, vier oder so. Shit. Ey, wie kommen wir raus? Keine Ahnung. Aber warum... Ist das nicht ein Teleporter hier? Oder ist das einfach nur, weil da Licht reinfällt? Ach, was steht hier denn noch? Auf dieser Seite beschreibt die Schreibung für die Planeten über die Zeit in der Zodiac. Die Schreibung für die Erwanderung der Zeit in der heutigen Zeit zu... Hier stand... Da stand gerade noch irgendwas und ich wollte es lesen. Lass mal den Pharao-Dings gehen und das Ding schon mal wenigstens dahin bappen. Wo ist denn das Pharao-Dings? Hier? Ach ne, hier. Jetzt kann ich hin. Da stand noch irgendeine Tafel mit irgendwelchen Berechnungen von Sternenkonstellationen und sowas. Ach, Sterne. Wir brauchen schon Sterne. Ja, das ist bestimmt... Brauchen wir bestimmt noch. Wo bist du? Hier? Hier ist wieder... Was ist denn dieses Ding hier überhaupt? Der Laser hört sich irgendwie gruseln hier. Ja. Was war das hier? Pharao's Key. Achso, den haben wir da drüben gebraucht. Ja. Ich drück mir jetzt gleich irgendwo hier eine Grabkammer. Ja, bin ich. Hier ist ein Weg aufgegangen. Ja. Ach so. Ach jetzt. Ich komme immer nicht aus dieser Badewanne raus. Wo denn? Hast du das Teil dahin gestellt? Nein, der war schon offen. Hier. Ah. Only three more to go. Das war schon so. Ja, das heißt wir brauchen noch drei weitere von diesen... Hier ist noch einen. Oder nicht? Oh. Ja, quer... Schöneuf... Dings. Dann stellen wir die doch auch hier hin. Also, ja. Zwei noch. Ist da noch ein Weg aufgegangen? Aber da oben... Nö, aber geht's hier nicht weiter? Nee. Shit. Nee, was ist denn das hier? Ach doch, hier waren wir schon. Stimmt. Mhm. Ist hier aber jetzt zufällig noch irgendwas? Nö. Aber ich frage mich, wenn hier dieser Weg jetzt aufgegangen ist nach hier hin, dann ist das doch bestimmt ein Hinweis, dass hier noch irgendwas zu holen ist, oder nicht? Da war ja dieses eine Dings schon mal. Hier ist nichts. Und wo kamen wir hin? Woah. Hier ist ein Teleporter. Ich spring grad wieder auf die Statue gesprungen. Wo führte dieser Teleporter hin? Ach shit, in die... In dem Portalraum, äh... Ich glaub, das soll nicht so sein, dass ich hier bin. In dem Portalraum, äh... Ich glaub, das soll nicht so sein, dass ich hier bin. Wo gibst denn du? Auf der Statue. Ich hab eben dich springen gehört. Hier ist das Bett. Ich bin auf der Statue drauf. Warte, hä, ich komm hier nicht... Du musst dich mal so anschauen, das sieht gewiss lustig aus. Äh, auf welcher Statue? Äh... Die Sache, wo wir die... ...vier Dinger ablegen müssen nachher hier. Hallo. Hä, wo denn? Ja. Ach da. Ach so, du stehst... Herr Is, bist du weg? Ja. Achso, du... Ja, duk dich mal. Wenn du dich dukst, bist du weg. Jetzt guck dein Kopf grade da durch. Ja, ich bin der Pharao. Ich bin der Pharao, Bitch. Schau hier hoch. Ja. Oh. Ich hab's leider nicht geschafft. Ich glaub aber nicht, dass das so sein soll. Wo bist du jetzt? Ich bin durchs Wasser gegangen und dann hier auch... hier unten lang. Wir brauchen noch zwei von diesen komischen Vasen. Die Frage ist nur, wo die sind. Die finden wir vermutlich dann in den anderen Dingern, ne? Also in den Palast und sowas. Da muss ich aber irgendwo... Äh, du hast mich grade... Oh, Entschuldigung. Okay. Ich hör uns wieder voll hier oben. Jetzt weg ist das wieder laut. Ich bin einfach mal durchgegangen. Wo finden wir diese... Wo finden wir diese... Wo finden wir diese Kack-Vasen? Ja, da müssen die ja wohl bei den anderen Teleportern sein. Warte mal, wo waren wir jetzt grade eigentlich drin? Place Palace of Pharao-Dings. Da müssen wir da schon mal nicht rein, weil wir ja schon zwei haben. Hier ist Nefertum. Da brauchen wir aber immer noch diesen Nefertum-Stab. Müssen wir wohl bei dem anderen rein, oder? Das war... Dingens von Ra, glaub ich. Wir müssen mal genauer sehen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oh, hier sind auch Zweigänge. Die Zweigänge waren eben auch schon Zweigänge. Nein, stimmt. Kann auch. Wir müssen die ganzen Wände... Was hat sich das denn? Alter, wir müssen die ganzen Wände anspulen, damit die aufgehen. Ja, das kann natürlich sein. Aber wir haben ja im Moment nichts mehr, was wir irgendwo abliefern können, dass hier noch irgendwo was öffnet. Diesen komischen Stein in diesem Raum da haben wir nicht, und diesen komischen Stein für die Schlange hier haben wir auch nicht. Vielleicht ist hier irgendwo eine Wand, die man auch öffnen kann. Das ist eine gute Frage. Ich kann ja auch noch die Wand weiter schieben, aber das bringt irgendwie nichts. Wo? Lass mich weg, du Wand! Ja, hier sind wir wieder bei dem... Dings hier. Wo kamen wir hier jetzt noch hin? Hier waren die Vasen. Komm, wir müssen... Hier haben wir eben die eine Dingens gefunden, oder nicht die... Komm, Wand an, Schwulen. Ah, geile Wand. Oh, Wand. Ja, vielleicht finden wir da noch geheime Gänge. Ist das hier jetzt irgendwie zufällig offen? Nein. Hm. Ja, hier ist dieser geheimen... Ja, hier war die erste Vasen, ne? Wo ich gerade bin. Wo bist du denn? Ich höre ja hier irgendwas verschieben. Ich verschiebe das Ding immer noch. Ach so. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ach so, Moment. Hier war diese Tafel. Steps further than Gimini. Advance of the wheel of time in the current day too. Steps further than Gimini. Das bringt mir irgendwie gar nichts hier. Also, das... Wir brauchen wieder... Ach so. Ist alles gleich noch sehr. ...durchsenscheinchen. ...deuswarte. ...warte und dann zuerst. Warte, wir brauchen hier. Nur. Wir brauchen die Beizigerung. Vielen Dank.